So ein Schmarrn, also echt. Ich habe hier auch geschimpft zum Ende. Ich hoffe, ich habe das ein bisschen beschnitten. Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Forstboken. Ich gehe jetzt nicht weiter. Warum? Ganz ehrlich, warum? Aber jetzt ist ja zur Zeit auch wieder ein lang erwartetes Game rausgekommen. Alle machen sich schon verrückt deswegen oder haben sich verrückt gemacht. Und ja, was berichtet man von technischen Problemen? Ich erkläre gleich, wie ich hier raufgekommen bin. Also ich habe hier mich raufgestellt. Und dann mal geguckt, wie hoch der geht. Und hier, guck, dann geht das auch einfach weg. Und dann... Und dann klappt das irgendwie. So, dann wollen wir mal zu... Hi. Wie geht es dir? Viel besser als noch vor einer Minute. Ach so. Okay. Wo waren das jetzt? Was war das jetzt? Küstenpfeilchen? Ja. Ja. Ah, da drüben. Wenn ich nicht wieder... Das ist ja... Gott sei Dank muss ich da nicht rüber, so wie zu Beginn hier. Das war ja eine doofe Stelle. Hier wird ja auch ein Zauberding missbraucht. Oh, die hat... Die hat auch höher, ne? Und die ist grün. Oh, ist die süß. Eine kleine Stierkatze. Nee, Stier nicht. Ziegenkatze. 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 Komm, putt, 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 putt. Du bist nicht Homer, aber trotzdem ziemlich süß. Die sind alle süß. Diese Tiere sind leicht manipulierbar. Was? Nee. Die Tiere manipulieren. Die Herr Leitha, eine Tante von Tante Ola's Vertrauten. Er scheint keine Angst vor dem Bruch zu haben und saust üblicherweise in Visoria umher. Ola's überließ es Leitha, die umfangreiche Sammlung naturhistorischer Schätze der Cognoscenten zu kuratieren. Während eines Ausflugs, auf dem er ein seltenes Insekt fangen wollte, jagte er das Krabbeltier so lange, dass er schließlich völlig, sich völlig verirrte. Die Cognoscenten mussten einen Suchtrupp losschicken, um ihn zu finden. Oh, ist so süß. Äh, hm. Ja, darf ich weiter? Ich muss doch noch sammeln. Hier sind noch Dinge. Guck. Blümchen. Salblein. Und? Halblein. So. Genug gequatscht. Jetzt warten wir. Uh, was machen wir denn mit der Karte? Das ging ja viel zu schnell. Da ist noch eine Truhe. Und da ist noch eine Truhe. Und da ist was Schönes. Jetzt gehen wir erstmal zur Truhe. Wir wollen die Dinge. Die habe ich nämlich übersehen, als ich hierher gestürzt bin. Ich wollte zur Katze. Ich habe mir keine Zeit gelassen dafür. So. Ich kann das nicht mal sammeln. Doch, ich habe, glaube ich, Salblein. Ist wieder voll. Ich bin ja voll. Anders ist das hier nicht zu ertragen gespielt. Nein, eigentlich grundlegend ist es schon wirklich gut. Hier läuft es ja jetzt auch vernünftig. Ich habe noch nicht mal alle möglichen Sachen gemacht, die ich sonst auch mache, weil die scheinen nicht zu bringen. Ich mache mal den Frame-Counter an. Joa, ganz normal. Das, was er eigentlich haben sollte. So, die sind erstmal weg. Hier hätte man auch von der Luft angreifen können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Guck mal. Und dann hier rauf. Und dann runter. Und jetzt haben wir hier eine wunderschöne Truhe. Die hatten wir heute noch nicht. Na toll. Na toll. Hm. Hm. Oh. Na toll. Manchmal überlege ich auch zu viel. Und manchmal überlege ich gar nicht. Noch eine alte Münze. Ich hoffe, wir können die dann nochmal irgendwann ausgeben. Halt, 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 halt. Dann gibt es eine Kette. Die ich gern hätte. Wo sind denn hier die Bösen? Ah, hier müssen doch Böse sein. Hinter mir. Da kommen sie. In Scharen. Ach so. Nehmen wir den oder nehmen wir den? Ich nehme mal den. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Lade es mir wieder auf. Ah. Nee, das funzt nicht. Stopp. Und jetzt kommt der nächste Dicke. Nee, 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 nee. Wir haben uns die Kette verdient. Oh, oi, tu. Oi, tu. Oh, ja. Kundschafterin, Pfadfinderin. Aha, aha, aha. Eine Errungenschaft. Mal endlich wieder. Uh, ich freue mich. So, was sagt denn? Das hat aber gedauert. Was sagt denn? Das können wir ja mitnehmen. Wir müssen mal gucken. Das nehmen wir auch mit, weil es hier in dem Gebiet liegt. Da ist auch noch irgendwas. Da war ich schon. Ich glaube, dann sind wir hier drum rum. Bumm. Katze haben wir. Höhle haben wir. Dann haben wir ja alles. Wir müssen sowieso dahin. Und dann kann ich mir auch die Dinge hier vornehmen. Hier sind noch viele, viele Sachen. Da auch noch. Cool. Und. Aber erst mal hier oben das Plateau, ne? Da ist auch noch eine Truhe. Guck, 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 guck. Bis auf das Ding. Das geht irgendwie nicht. Ich, ich weiß nicht warum. Ich kann ja noch mal auf den Rückweg gucken, ne? Ich, ich kann. Gehen wir mal zu drei als erstes. Mach das dein Leben ein bisschen leichter. Unbeschleppel. Ich, ich kann ja noch mal auf den Weg gehen. Ach, da sind ja noch welche. Das war die letzte. Bemütend! Halt! Mein Brocken! Hier sind wieder Blümchen. Ich hab dich gesehen, Blümchen. Da, nee, Bröckchen. Die Bröcke. Bitte eine Feder? Ein Küstenfeikel. Na gut, na gut, na gut. Aber keine doofen Bärserke, die man besiegen muss. Irgendwo muss noch einer sein, da. Oh, scheiße! Wo bist du? War das der letzte? Nein. Wo ist mein Blümchen? Ich hab's doch gesehen. Nein, 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 nein. Ja, nein. Was mach ich denn jetzt? Wir wollen zu diesem Haus da. Da wollen wir hin, oder was das da ist? Schon wieder so ne blöden Raben. Keiner mag euch. Huch! Ha, 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 ha. Hast mir meine Dings nicht gegönnt, ne? So, jetzt bist du tot. Lass dir das durch den Kopf gehen. Jetzt wollte ich mal... Guck mal, da ist tatsächlich noch was da. Und da wollten wir auch noch hin. Und da waren wir schon. Da ist es. Blöde Kuh! Hat sich da versteckt. Traut sich was. Ein Rinkelstein und ein Porenstein? Die müssen beide meins sein. Ah, ich hab mich wieder beruhigt. Aber das war ne blöde Stelle. Wer hat denn Lust, hier stundenlang rumzuexperimentieren? Oh! Oh! Wir werden schon wieder von irgendwen beäugt. Können mich mal... Guck mal, sowas ist ja ziemlich... Ich hab die Dings jetzt nicht erwischt. Ist aber nicht so schlimm. Sowas ist ja ziemlich eindeutig. Doch, ich hab sie erwischt. Ist weg. Ne? Das ist ja nun kein Thema. Guck mal, dann haben wir hier fast... Wir haben hier alles. Wir haben hier alles fertig hier oben. Schön. Sehr schön. Ich würd sagen, dann nehm ich mir jetzt diese Truhe hier vor. In der Hoffnung, dass das... Ansonsten kommen wir da ja auch wieder hin. Ja, ist ja gut da unten. So ein Volk! Lasst mich doch in Ruhe. Ich will doch nur euer Bestes. Euer Geld. Warte mal. Nein. Salz rein. Magie. Stalblein. Ah! Große Aster. Große Aster brachte Zaster. Ja, man kann jetzt natürlich hier auch die ganze Zeit hin und her rennen. Aber die Materialien werden benötigt. Wir wollen ja, oder ich möchte ja, meine Sachen hier auch skillen können. Und dann braucht man das Zeug dazu. Hier aber auch wieder was. Guck dir das mal an. Es kann ja auch sein, dass das nachwächst. Ich weiß es nicht. Oh, das war doch gar nicht so hoch. Oh. Halt! Komm, komm, dreh. So. Denn habe ich heute gelesen... Ich lese ja immer viel, wenn ich so Spiele-Spiele-Tests und irgendwelche Sachen dazu. Guck mal, da ist so ein Ding versteckt. Habe ich gelesen, dass es Spieler gibt... ...die mit der Protagonistin hier nicht klarkommen. Die, die... ...mögen sie nicht. Oh, 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 oh. Ja, komm, das funktioniert nicht. Meine Truhe, geh weg. Habe ich bezahlt. So, Ruhe. Das war jetzt aber der letzte. Und hier ist noch ein Krugbocken. Genau. So, jetzt geht's los. Wir müssen... ...da hin. Und ich mach mal größer. Und dann haben wir dieses ganze Gebiet. Die Burg haben wir ja schon. Da ist auch noch einer. Da will ich auch noch hin. Ich muss noch da oben hin. Ich würd sagen... ...da komm ich so, glaub ich, nicht hin, ne? Hier hin, weil das können wir gut gebrauchen. Und dann schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Dann mach ich aber trotzdem erstmal die Seite hier. Ich musste mal zur Uhr schauen. Hier ist auch noch ein Fotospot. Das ist alles wichtig. Und wie gesagt, es ist in dem Gebiet aus der Demo. Wer sich nicht sicher ist, ob ihm das Spiel gefällt, einfach die Demo runterladen. Ich glaub, die gibt es auch für den PC. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Ich hab sie auf der PS5 gespielt. Dann kann man das mal für sich antesten. Ob einen das liebt oder Spaß macht. Diese Magie erfordert mehr Abstand. Das hab ich mir fast schon gedacht. Ah. Da ist noch einer. Ja, scheiß drauf. Ich hatte mir doch hier was markiert, ne? War das nicht hier? Da unten war's. Hallo, Krokodil! Das Krokodil, das Krokodil, das stank extrem nach Petersilie. Oh. Heil trank, ja. Ich hab jetzt 17. Gut. Gut. Schwer. Weil. Oh, ich muss das wieder so machen. Der da stört. Ja, dann kann ich aber doch, ich kann. Ja, ich kann das. Was haben wir hier? Ne Mütze. Da haben wir das Monument der Stärke in 500 Meter Entfernung. Bin ich spinnig oder was? Was ist das hier? Brauch ich doch. Hab ich hier nichts in dir? Hallo? Spiel? Warte mal, ich muss mal drehen. Ne, hier ist nichts weiter. Da komm ich sowieso noch nicht hin. Ich mach das anders. Wir gucken mal, wo wir eine Schnellreise hin machen können. Oder wir laufen. Wir laufen. Da bin ich damals auch runter, wo ich das ausprobiert hab. Ich fand's gut. Ich hab in dem, äh, äh, der Demo alles gemacht, was man machen konnte. Und dann gab's noch eine Bonusaufgabe. Arschlöcher. Arschlöcher! Sie ist eine schwache Frau. Eine Dürren, eine junge Dürren. Dürren, nicht Dürren. Das sieht doof aus. Ah, da kommt ja noch einer gekrochen. So, gib mir mein Zeug. Hab ich verdient? Komm, meine kleine Truhe. Ach, hier sind Freunde. Hier ist aber gar nichts drin, äh. Wart ihr hier ganz allein? Komm, Kiste, komm mal mit. Oh, die war nicht sehr altbar. Die war bestimmt von... Oh, die wollte von hinten. Oh, ich seh hier gar nichts da. Da. Gar nichts. Kann ich, klar, sehen. Yep. Ja, langsam kriege ich's hin. Ganz langsam. Den super, super Dings hab ich ja noch gar nicht verwendet. Hier schon wieder so eine. Das ist aber auffällig, ne? Das ist extrem auffällig. Äh. Das ist ja, das ist fies, ne? Nein. Hm. Hm. Der stört. Warum mach ich das nicht so? Und jetzt... haben wir noch eine Münze. Und jetzt... Jetzt wird der alte Mann hier... Hier oben waren wir ja. Da ist ja die Markierung weg. Jetzt werde ich mich hier mit befassen. Da geht's noch nicht hin. Aber da können wir hin. Und da können wir hin. Und da können wir hin. Und wir können auch noch irgendwo oben hin. Da zu diesem Fotospot. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich melde mich, wenn ich hier in diesem Gebiet bin. Da ist noch ne Dings. Oh, ist das fies. Aber... Über die Brücke kommen wir da hoch, ne? Hier ist ein Pata. Aber man kann immer keine Schnellreisen machen. Das geht nicht. Markierung setzen, starten. Aha. Dann werde ich da hochgebeamt. Das ist ja cool. Aber da muss ich sowieso noch hin. Weil ich will das Ding hier haben. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal hier unten. Und dann sehen wir uns wieder, ne? Erstmal geht's hier hin. Und dann geht's hier hin. Und dann geht's hier hin. Und dann geht's hier hin. Das ist doch ein Plan, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020